Ah, bedauert wer auch er, Ali. Ach, da ist ja noch einer. Scheiße, scheiße, ja! Das war's auch für dich, mein Lieber. So, ach. Blöd. Gelaufen für dich. So, gib mir deine Munition. Ach, da haben wir ordentlich aber was verballert hier. Da hatte ich so viel Munition und das ist auch gut so, dass ich sie mir, glaube ich, eingeteilt habe. Aber aufgehoben, um genauer zu sein. Hm, da habe ich keine, da habe ich noch aber von... Hm, ne, wir bleiben bei der. Hä? Wo ist denn der? Ach, da. Okay, keine Munition, also nehmen wir doch die. Damit der Schrotflinte kommen wir auf die Entfernung nicht besonders weit. Okay, von wo? In Position! Scheiße! Auch er schon wieder. Boah, wieso kannst du nicht... ...einfach mal sterben? Falsch gehüpft. So, komm schon, stirb! So, er ist tot. Jetzt dann unten noch einer. Ach, ja, falsch rausgerannt. Oh, da hinten so ein Mächtigens. Oh, das schnapp ich mir gleich. Oder ich muss gegen das kämpfen. Und bitte nicht, wenn ich gegen das kämpfen muss. Ihr erinnert euch noch, wie ich gegen den letzten Mech gekämpft habe. Um auf der Brücke schneller voranzukommen. Ja. Ich würde mir das liebe Ding hier schnappen, aber... Ich muss warten, bis sie nach vorne kommen. Ja, ich habe ihn. Ach so, Arsch. Nein, 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 nein. Uuuuuh. Jun, 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 jun. Äh, verstecken. Verstecken machen. Oh mein Gott, oh Gott. Wo? Wo seid ihr? Da hinten. scheiße die reichweite ist wirklich extrem so jetzt wieder er wo ist er denn jetzt hey electro boy hallo ich muss dich töten ich hab dich getötet damit hat das jetzt auch endlich in der ruhe ja anscheinend ist hier nichts los so hier kann ich irgendwas bedienen oder wenn was konnte ich doch hier machen oder hallo gerade eben war auch hier geht doch erstmal die brücke runter ihn freischalten oder irgendwas so in der art zumindest und jetzt kurz die munition noch aufsammeln was denn das für eine waffe alle schrotflinte okay hier haben wir die andere damit kurz munition noch einsammeln könnte ja nützlich seine für die zukunft zukunft tut mir leid musste einfach sein zukunft so noch mal so damit haben wir auch einiges gesammelt und jetzt ab in das ding hier kommt wie geht man auch mal rein e gedrückt hat auch von hinten oder ihr perversen fahre systemdiagnose hoch navigationssysteme sind eingefreifert geiles das ding denn angriff auf alle feindlichen ziele freigegeben zusammentreten habe ich keine anderen waffen nein ne ist das schuldschild geil so zusammentreten hilft nicht ähm ach vielleicht hier durch das ist doch mal blöd hallo papa ist da zurückfallen zurück ach du Arsch ach da ist noch einer oder ist das ein anderer weg damit ich hab dich anvisiert äh ein kleiner sturm baut sich auf ach da oben ach du meine güte da ist mir aber einer ist ganz schön groß das ding aber auch verdammt langsam ich sehe euch durch die autos oh mein gott da ist die stadt ich komme langsam zur stadt komm schon ich zertrete mir einfach wie eine kleine made auch vocês haben in Holly ja ja ich überhitze mich leicht nur wo er hat die steuerung ist aber Ja, scheiße, ich muss doch da raus. Oh mein Gott, dieser Helikopter. Er nervt mich ja sowas. Tot. Oh, Mist. Ich finde das scheiße, habe ich. Wie schicke ich denn? Nein. Ich habe doch auch Raketen, sehe ich gerade links. Aber wie feuere ich die denn ab? Bitte sehr. Moment. Tee? Äh, da? Nein. Auch nicht. Auch nicht. Auch nicht. Wie feuere ich denn die Raketen? Da sind noch drei Stück. Hm. Blöd. So, Helikopter. Komm zu Papa. Überhitzt. Aber er brennt auch schon. Oder? Nee. Doch, er brennt. Und weg damit. Naja, fast. Er stürzt irgendwo da hinten ab. Scheiße, ich habe doch noch Raketen. Aber wie setzt ich denn die ein? Keine Ahnung. Ich drück ein, wo mein Leben. Irgendwann passiert schon was Tolles. Da oben, mein Süßer. Verschrinde vom Deck. Powerarmers sind im Anschluss. Powerarmers sind die an 3-1 und 3-2. Hat vollständige Freigabe. Aktien freigegeben. Na, komm doch. Wow. Ach, ihr seid auch süß. Oh, oh, oh. Überhitzt, überhitzt, überhitzt. Scheiße. Wie kann ich denn Raketen abschießen? Komm schon. Jawohl, einer ist weg. Bleibt noch einer. Ich habe zwar nicht mehr so viel Leben. Obwohl, das baut sich hier auf. Das ist schön. Aua. Na, komm. Was versteckst du dich da hinten? Ja. Der auch weg. Ich frag mich wirklich, wie ich mit Raketen schießen kann. Ich habe alle mit. Ah. Auf geh, also. So, so, so. Na, jetzt können wir... Ja. Das wird doch jetzt aber lustig. Und langsam, natürlich. Ich habe mich. Ich bin festgelebt. Ich bin festgelebt. Ich bin festgelebt. Ich bin festgelebt. Das sieht alles extrem krass da hinten aus. Ich schlag vor. Wir machen hier einen ganz kurzen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder im nächsten Part. Euer Logo mit 4.3. Tschaußen.